Hallo und herzlich willkommen bei Dr.ClauderTV. Sie haben sich für unsere Katzenliebe mit Malz und Taurin entschieden. Helles Malz ist der Katzenliebling. Damit wird die Umstellung auf eine Barf Ernährung zum Katzenspiel. Mit der Dr.Clauders Katzenliebe sind Sie immer auf der sicheren Seite, was die Taurinversorgung Ihrer Katze betrifft. Geben Sie einfach einen Strang Paste über die Barf Mahlzeit und mischen es unter. Fertig. Untertitelung des ZDF, 2020